Rechte Gruppen nutzen die Unsicherheit im Land für sich und machen ganz offen Stimmung gegen Ausländer. Wenn ich hier in den Aufzug gucke, dann erfüllt mich das eher mit Fassungslosigkeit und mit Wut, welche Menschen das Thema für sich beanspruchen und instrumentalisieren. Jede Versammlung der Asylkritiker lockt fast ebenso viele Gegendemonstranten auf die Straße. Dabei bleibt es nur selten friedlich. Es ist ja nicht selten, dass Anreisewege gestört werden, indem irgendwelche Reifen angezündet werden auf Bahnschienen, indem anreisende Teilnehmer in ihren Fahrzeugen angegriffen werden. Mittendrin stehen die Polizeibeamten. Junge Männer und Frauen, überarbeitet, überlastet und Ersatzfeind für die Demonstranten. Sieher, sei du! Du bist eine Unigal! Sieher, sei du! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die angegriffen, angefeindet werden, zusammengeschlagen. Das sind alles keine Geschichten, das sind alles Dinge, die in diesem Jahr auch passiert sind. Rostock, Universitätsstadt im Nordosten Deutschlands. Einsatzleiter Michael Ebert weist seine Kollegen ein. Heute ist eine sogenannte Anti-Asyl-Demonstration angemeldet. Vor vier Wochen hatte die Partei AfD bereits eine ähnliche Versammlung in Rostock durchgeführt. Die deutsche Flüchtlingspolitik ist ein Thema, das vor allem im Osten Deutschlands zahlreiche Bürger auf die Straße bringt. Gucken wir mal. Es gibt auf jeden Fall eines, eine ganz... Wie viele kommen, ja, gucke ich genauso in die Glaskugel, ne? Ich bin beim letzten Mal überrascht worden, AfD, 300 waren angemeldet, ihr habt gezählt, zweite hat gezählt, 1800 Versammlungsteilnehmer waren da. Ich hab kein Gefühl dafür, ne? In Rostock ist die Situation eine besondere. Die Hansestadt nimmt nicht nur Flüchtlinge dauerhaft auf, sie beherbergt auch Transitflüchtlinge auf ihrer Durchreise nach Schweden. Wir hatten vor anderthalb Wochen zweieinhalbtausend neben der normalen, neben den normalen Flüchtlingen, die wir ohnehin aufnehmen als Kommune, aber zweieinhalbtausend Transitflüchtlinge, die wir weiter Richtung Schweden wollten. Das hat sich jetzt sukzessive abgebaut. Wir haben noch 80 da. Wie weit sich das ab morgen wieder aufbaut, schauen wir mal, gucken wir mal. Aber die Lage hat sich erstmal entspannt. Rechte Gruppierungen nutzen die Verunsicherung in der Bevölkerung, machen Stimmung gegen die Flüchtlinge. Linke Gruppierungen halten dagegen, provozieren die Demonstrationsteilnehmer. Da wird auch vor Sachbeschädigung nicht Halt gemacht. Wir haben jetzt hier schon die ersten Graffitis, Nazis jagen, Patrioten sind Idioten. Alles Graffitis, die heute Nacht angebracht worden sind. Das führt natürlich zu einer zusätzlichen Mobilisierung oder Emotionalisierung. Die Klientel wird direkt angesprochen. Das muss man vielleicht sonst nicht können, weil man auf Distanz zueinander ist, kann man natürlich durch solche Schriftzüge direkt unmittelbar dann dem politischen Gegner entgegenhalten. Denn die Anti-Asyl-Demonstration läuft in drei Stunden genau an diesen Schriftzügen vorbei, durch die Rostocker Innenstadt. Heute veranstaltet die Gruppierung Deutschland wehrt sich den Marsch. Die Aufgabe der Polizei, die Versammlung zu ermöglichen und zu beschützen, das ist nötig. Gegendemonstranten haben ebenfalls Versammlungen angekündigt, wollen sich mit Flüchtlingen solidarisieren. Eine ähnliche Situation gab es schon vor vier Wochen. Schwere Ausschreitungen waren die Folge, denn die Polizei hatte nicht mit so vielen Demonstranten gerechnet. Das ist eine ganz andere politische Situation, in der wir uns momentan bewegen. Eine ganz andere Politisierung der Gesellschaft, eine Polarisierung der unterschiedlichen politischen Lager. Und es war für uns nicht abzuschätzen, wie viele Menschen kommen. Das hat uns wirklich an die Grenze des Leistbaren gebracht. Wir waren entsprechend nicht aufgestellt. Wir hatten Sorge und wir hatten Not, tatsächlich die Versammlungsteilnehmer voneinander wegzuhalten. Man hat sich teilweise über Hinterhöfe versucht, den Weg zueinander zu bahnen. Man war da tatsächlich nur noch von einem 1,20 Meter hohen Maschendrahtzaun voneinander getrennt. An anderen Stellen hatten wir gerade noch Fahrzeuge als Kette dazwischen stellen können, aber keine Kräfte mehr. Man hat also uns hier wirklich an die Grenze des Leistbaren gebracht. Das wollen wir heute natürlich verhindern. Mit 310 Beamten sicherte die Polizei den Marsch von rund 1800 Migrationsgegnern. Die Bilanz? Fünf verletzte Polizisten, sieben Festnahmen. Michael Ebert war mittendrin. Von der Gewalt bin ich überrascht worden. Ja, auch das habe ich so noch nicht erlebt, wenn das also gerade Versammlungsteilnehmer auch der rechtsextremistischen Szene, die sich in den letzten Jahren zumindest nach außen immer den Anschein gegeben haben, friedlich zu sein und Weisungen der Staates nachzukommen, tatsächlich gegen Polizei gewandt haben, Polizeibeamte massiv körperlich attackiert haben, mit Steinen und Flaschen auch beworfen haben. Ich selbst habe gesehen, wie Steine die Helme meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen haben. Ich war davon überrascht. Ja, das habe ich bei Links-Rechts-Konfrontationen in dieser Form von Seiten der rechten Demonstrationsteilnehmer und das habe ich noch nicht erlebt. Vor vier Wochen waren nur 310 Polizisten im Einsatz. Heute sind es insgesamt 950 Beamte der Landes- und Bundespolizei. In der Hoffnung, dass das große Aufgebot diesmal reicht. Zusätzlich sollen 700 Meter Gitterzäune entlang der Strecke verhindern, dass linke Gegendemonstranten den Marsch von Deutschland-Wert sich behindern. Die 108, das ist dieses Gebäude, ist eigentlich der Kundgebungsort. Du musst ja auch ein bisschen Platz haben, weißt ja nicht, wie viele hierher kommen. Aber diese Buschreihe gefällt mir halt nicht. Noch zweieinhalb Stunden. Am größten Brennpunkt ist Jürgen Sprank eingesetzt. Der Bereitschaftspolizist steht heute an einem Versammlungsort der linken Szene. Beide Seiten haben eine unterschiedliche Ansicht der Dinge und beide Seiten möchten diese natürlich kundtun. Treffen sie aufeinander, da sind sie auf gleicher Höhe, wird das meistens dann auch verbal verstärkt. Man bezieht sich aufeinander in den Redebeiträgen, man hört dann den einen oder anderen Chorus mal oder mit Sprechchöre. Und leider Gottes gibt es auch immer wieder mal Menschen, die dann natürlich diese Situation ausnüpfen und dann eben ihren Unmut anders darstellen, indem sie irgendwelche Gegenstände werfen, Flaschen werfen, Böller werfen etc. Wodurch natürlich Personen verletzt werden können und das ist unser Auftrag, das zu verhindern. Und Sie stehen mittendrin? Wir stehen mittendrin. Wir sind der Puffer. Das ist unser Job. Die massiven Absperrgitter wiegen 45 Kilo pro Stück. Sie sind miteinander verbunden und halten enormen Druckstand. Wir bauen zwei Trennlinien auf mit Absperrgittern. Einmal hier entlang der Straße, hier läuft ja der Aufzug. Und dann werden wir hier hinten nochmal eine zweite Linie einrichten, sodass wir hier einen Pufferbereich haben, hier dazwischen, wo Polizeikräfte sich noch aufhalten. Und in dem anderen Bereich kann dann also nachher die Kundgebung stattfinden. Und so haben wir beide Seiten ein Stück weit getrennt und so weit getrennt, dass es nach Möglichkeit, dass es nicht möglich ist, nochmal Gegenstände zu werfen. Die Position ist heikel. Büsche und Bäume würden eventuell gewaltbereiten Demonstranten der linken Szene Deckung geben. Jürgen Sprank will das ändern. Mal als Hinweis vorab, ich möchte den Aufbauplan etwas verändern. Laut Zeichnung hätten wir die Buschreihen in dem Bereich, wo die Gegendemonstration 5 stattfindet. Was ich für taktisch unklug halte, weil ich dann möglichen Straftätern Deckung gebe, um dort entsprechende Sachen vorzubereiten oder da zu agieren. Deswegen nehme ich die Büsche auf der grünen Fläche raus aus dem Versammlungsbereich. Die Auflage ist bis Höhe Lindenstraße, dürfen Sie marschieren. Pass auf, zieh diese Kette, die du da vorne hast, hier hin, an die Ecke. Einsatzleiter Michael Ebert inspiziert die geplante Demonstrationsstrecke. An dieser Kreuzung plant Deutschland-Werzig, kurz DWS, eine von drei Kundgebungen, in Sichtweite der Gegendemonstranten. Wir haben hier schon die ersten 250 Versammlungsteilnehmer, die hier sich sammeln, um sich gegen die Versammlung der DWS, die also hier aus dieser Richtung dann gleich, oder gleich in einer Stunde ungefähr eintreffen wird, dann richten. Also die Versammlungsteilnehmer hier, die werden dann versuchen, natürlich in Richtung der Versammlungsstrecke vorzudringen. Denn umso näher sich die Demonstranten kommen, desto deutlicher können sie sich ihre Meinung mitteilen. Dazwischen die Polizei, die versucht, Schlimmeres zu verhindern. Das sind natürlich Menschen, die dazwischen stehen, mit Emotionen, mit eigenen politischen Auffassungen, die an dieser Stelle stehen, die sich von beiden Lagern hier entsprechend konfrontiert sehen, die mittendrin stehen und die im Zweifel auch den Stein abbekommen, der eigentlich für den politischen Andersdenkenden dann vorgesehen war. Das sind Menschen mit Emotionen, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Nöten. Junge Kolleginnen und Kollegen, die gerade die Ausbildung verlassen haben, ja, die müssen auch erst mal mit ihren eigenen Sorgen und Ängsten umgehen können und dann noch darüber hinaus die polizeiliche Lage handeln. Das ist ein hoher Anspruch. Das oberste Ziel ist heute, Konfrontationen zu verhindern. Die Polizei sperrt und bewacht jede Seitenstraße, die in Richtung der Demonstration führt. Ein enormer Personalaufwand. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Ebert hat im Vorfeld mit den Organisatoren den Rahmen für die Veranstaltungen ausgehandelt und ist jetzt dafür verantwortlich, dass alles auch so eingehalten wird. Der Versammlungsanmelder, der Versammlung, die hier stattfinden soll, wollte eigentlich ursprünglich noch weiter ran. Er wollte also direkt auf Tuchfühlung der Versammlung begegnen. Wir haben den Versammlungsanmelder zurückverhandelt. Wir haben jetzt eine Distanz von ungefähr 30, 35 Metern zwischen den unterschiedlichen politischen Lagern. Daran wollen wir uns auch halten. Doch jetzt stehen die Absperrgitter fast 60 Meter auseinander. Das wurde so nicht vereinbart. Jetzt wollen wir mal gucken, wie den Verantwortlichen uns mal schnappen. Der Verantwortliche ist Jürgen Sprang. Die Absperrgitter hier vor den Büschen. Das wollte ich nicht. Das geht nicht, pass auf. Es geht nicht darum, was du willst. Es geht darum, was wir verhandelt haben. Und verhandelt haben wir genau diese Linie. Ich habe zweieinhalb Stunden mit denen ein Kooperationsgespräch geführt vom Feinsten. Ich kann nicht anders. Wir haben aber die Situation. Ich weiß das. Ich weiß das. Wir können nicht machen, wie wir wollen. Wir müssen so machen, wie wir... Ja, ja, du hast recht. Ich wollte da hinten ansetzen und da rüberziehen. Weißt du, was ich für Druck kriege, wenn wir das jetzt tun? Nicht so, wie du willst. So, wie es eingezeichnet ist. Die Anspannung unter allen Beteiligten ist spürbar. Um jeden Meter wird gerungen. Am Brennpunkt hat Jürgen Sprang die Gitterlinie so gebaut, wie sie polizeitaktisch sicherer ist. Hinter die Büsche. Das entspricht aber nicht der Vereinbarung mit den Versammlungsanmeldern. Denn bei Versammlungen gilt das Recht der freien Ortswahl, sofern es sich um öffentlichen Raum handelt. Die Gitterlinie wird nach Form verlegt. Ein Kompromiss zwischen dem Sicherheitswunsch der Polizei und den Wünschen der linken Gegendemonstranten. Das lebt natürlich auch von Vertrauen. Das heißt, wenn wir aus dieser Versammlungslage rausgehen, dann stehen wir ja unmittelbar vor der Nächsten. Und wenn man da nicht aufeinander vertrauen kann, auf das Gesagte, auf das Verhandelte, dann ist das schwierig in den nächsten Kooperationsgesprächen. Für dieses Mal würde es vielleicht wirken, aber eben nicht nachhaltig. In Rostock pflegt die Polizei einen engen Kontakt zu allen Versammlungsanmeldern. Auch eine Deeskalationsstrategie. Denn Einsatzleiter Michael Ebert muss heute jeden Brennpunkt im Auge haben. Der nächste ist hier am Bahnhof. Viele Demonstrationsteilnehmer reisen aus den umliegenden Städten an. Die migrationsfeindliche Klientel muss dabei auch an einem Stand von Rostock hilft vorbei. Die Helfer empfangen Flüchtlinge am Bahnhof, beraten und verpflegen sie, bevor diese in ihre Unterkunft kommen. Bei der Demonstration vor vier Wochen wurden sie massiv angefeindet. Wir haben es so erlebt, dass wir auf dem Gleis mit Kindern und Familien angegriffen wurden von pöbelnden Demonstranten. Und wurden dann über eine Stunde lang auf dem Gleis festgehalten. Im Bahnhof ist die Bundespolizei für die Sicherheit zuständig. Vor vier Wochen haben die Flüchtlingshelfer der Polizei vorgeworfen, zu lange nicht eingegriffen zu haben. Ein Grund dafür war auch der Mangel an Einsatzkräften. In Kürze startet die Versammlung von Deutschland wehrt sich. Jürgen Sprank ist dort eingesetzt, wo sich linke und rechte Demonstranten bis auf wenige Meter nahe kommen. Schutzausrüstung ist heute Pflicht. Wichtigste ist nachher dann sowieso, wenn es doch hektisch wird, ist der Helm. Der Kopf ist ja doch sehr empfindlich. Aber auch gerade, wenn man Personen abdrängen muss oder so, wenn man dann doch mal geschlagen wird oder so, das merkt man im Prinzip gar nicht. Und wenn eine Gegenstände treffen, auch im Kniebereich, die Schiebeinschoner, dann ist man grob geschützt. Als Bereitschaftspolizist wird Jürgen Sprank jede Woche bei Demonstrationen und Fußballspielen eingesetzt. Sicherlich hat dieser Helm schon ein oder zwei Steine mal abbekommen, aber ansonsten wird man relativ selten getroffen. Glücklicherweise. Jürgen Sprank kann sich seine Einsätze als Polizeibeamter nicht aussuchen. Der Schutz eines Marsches von Migrationsgegnern gehört ebenso dazu wie Streifendienst. Solange ein Verein und eine Partei nicht verboten sind in Deutschland, können sie die Grundrechte letztendlich wahrnehmen, ob Versammlungsfreiheit oder freie Meinungsäußerung. Und das ist oberste Aufgabe der Polizei, das allen Seiten zu ermöglichen. Versammlungsfreiheit funktioniert ja nur friedlich, ohne Waffen und ohne Gewalt. Und solange sich alle daran halten, hätten wir auch nie ein Problem. Aber es halten sie nicht alle daran. Es wird dunkel. Die ersten Teilnehmer der linken Szene sammeln sich bereits. Wie vor vier Wochen besteht die Gefahr, dass darunter gewaltbereite und gewaltsuchende Demonstranten sind. Bezeichnet als Kategorie gelb und rot. So, da ist er wieder. Wie viel haben wir jetzt? 150 circa. 150. Grün, kalb? Größte als grün. Wir hatten aber auch zehn Leute durch die Konfliktmanager-Meldung bekommen, die rot sogar. Rot. Sicherlich gibt es ein gewisses äußeres Erscheinungsbild, was für uns schon mal Anhaltspunkte gibt, wo wir sagen, also so eine Gruppierung, gerade wenn es eine bestimmte Größe hat, die behalten wir dann schon lieber im Auge, gerade wenn sie auch gewisse Bewegungsmuster in unserem Einsatzraum anmeldet. Manchmal ist es ein Katzenmausspül. Also man testet auch die Polizei aus. Wo steht die Polizei? In welcher Stärke steht die Polizei? Gibt es irgendwo Lücken? Kann ich eventuell irgendwelche Blockadeversuche starten? Was nicht heißt, dass das heute hier gewollt ist. Die gewaltbereiten Demonstranten beider Lager schrecken auch oft vor Körperverletzungen und massiven Sachbeschädigungen nicht zurück. Es ist ja nicht selten, dass auch schon Anreisewege gestört werden, indem irgendwelche Reifen angezündet werden auf Darnschienen, indem anreisende Teilnehmer in ihren Fahrzeugen angegriffen werden, indem man die Abreise behindert, die vor kurzem im Strahl sind, dass man eben Autos anzündet, um da ein Signal zu setzen, also wirklich einen hohen Sachschaden erzeugt mit solchen Aktionen. Die Palette ist so vielfältig, wie man auftreten kann und wer dann jeweils dahinter steht, das macht ja eben gerade unsere Aufgabe so schwierig, weil es gibt halt eben nicht den polizeilichen Fachbegriff Störer, dem es auf die Stirn geschrieben ist, wo man eben gleich erkennt, der hat das vor und das ist heute sein Plan. Das ist genau unser Problem. Deswegen ist es so schwierig für die Polizei, die richtige Anzahl an Polizisten an der richtigen Stelle zu haben. Zur gleichen Zeit am Bahnhof. Nur noch eine halbe Stunde bis zum Start der Demonstration von Deutschland wehrt sich. Die Teilnehmer kommen in großen Gruppen an und treffen dort auf die Flüchtlingshelfer von Rostock hilft. Wurzel aus dem Fotzen! Noch bleibt es friedlich auf dem Bahnsteig, auch wegen der massiven Polizeipräsenz. Fast 1000 Beamte sind heute insgesamt im Einsatz. Mehr als bei Versammlungen ohne dieses Konfliktpotenzial. Doch das geht auf Kosten der Arbeitsbelastung. Laut Gewerkschaft der Polizei haben die Polizisten in ganz Deutschland im Jahr 2015 fast 20 Millionen Überstunden angehäuft. Das entspricht 8.009 Stellen. Einsatzleiter Michael Ebert ist ebenfalls am Bahnhof, beobachtet die Ankunft der Demonstrationsteilnehmer. Das ist die rechtsextremistische, auch gewaltbereite Klientel aus dem Land, die jetzt hier so zusammengelaufen ist, die sich getroffen hat hier am Bahnhof und die jetzt langsam in den Veranstaltungsraum einsickert. Unter dem Namen Deutschland wehrt sich organisieren sich laut Michael Ebert zahlreiche polizeibekannte Rechtsextreme, die bei ihrer Ankunft teils vermummt ausländerfeindliche Parolen grölen. Der Deutschland ist nicht die Menschen, die dieses Land braucht. Es ist immer wieder erschreckend für einen Menschen, der auf dem Boden des Grundgesetzes steht, wie viel diese Demokratie bereit ist zu tolerieren. Denn wir schützen auch die, die sich hier ganz bewusst gegen den Staat, gegen die Gesellschaft stellen. Bei der Demonstration vor vier Wochen kam es zu massiven Flaschenwürfen. Deswegen sollen jetzt alle Teilnehmer schon im Bahnhof auf gefährliche Gegenstände durchsucht werden. Dabei finden die Beamten auch verbotene Messer. In wenigen Minuten soll die Demonstration starten. Noch immer befinden sich viele Teilnehmer im Bahnhof. Die Polizei muss nun weniger strenge Kontrollen in Kauf nehmen. Ich glaube, wir sollten Bewegung reinbringen, dass sie ja so rauskommen aus dem Bahnhof. Sichtkontrollen und dann durchschieben. Frau Merkel, Sie sind mit Schuld an diesen Anschlägen und an den getöteten Menschen. Die Kundgebung von Deutschlandwert sich startet mit markigen Worten und klaren Botschaften. 700 Teilnehmer sind gekommen, weniger als von der Polizei befürchtet. Trotzdem keine Entwarnung, denn darunter befinden sich rund 200 gewaltbereite und gewaltsuchende Demonstranten. Die Gefahr für Ausschreitungen ist nach wie vor groß. Vor allem seitdem die Rechten die deutsche Flüchtlingspolitik zu ihrem Thema gemacht haben. Bei klassischen Links-Rechts-Konfrontationen in den zurückliegenden Jahren haben wir eigentlich festgestellt, dass wir mit der rechten Klientel ziemlich wenig Probleme hatten. Sie haben sich zumindest nach außen den Anschein gegeben, friedlich zu sein. Sie haben wie polizeilichen Maßnahmen in den seltensten Fällen widersprochen. Sie haben Polizeibeamte im laufenden Einsatz nicht eingegriffen. Das ist anders geworden. Wir haben jetzt mit dieser Polarisierung der Gesellschaft, mit dem Thema Migration, deutlich vermehrt Angriffe gegen den Staat, gegen die Gesellschaft, gegen deren Amtsträger, gegen die Polizei. Wir müssen jetzt also nicht nur mit Übergriffen aus dem linksextremistischen Bereich rechnen, sondern wir haben auch Steinen, Flaschenwürfe, körperliche Angriffe aus der rechtsgerichteten Klientel gegen Polizeiwandel. Zeitgleich wenige hundert Meter entfernt. Etwa 800 migrationsfreundliche Gegendemonstranten ziehen in Richtung der Aufzugstrecke von Deutschland-Wertzig. Darunter Jugendliche, Eltern und ältere Menschen, die heute gegen rechts demonstrieren möchten. Mittendrin Gunnar Hinrichs. Der Hundertschaftsführer hat heute ein Auge auf all das, was sich in den Seitenstraßen abspielt. Das Ziel, wollen größere Gruppen die Demonstrationen der Migrationsgegner stören, muss die Polizei sofort reagieren. Hier sollen irgendwo 50 vermummte Personen sein, hier genau an dieser Ecke. Ich sehe sie nicht, aber da vorne kommt ein... Gunnar Hinrichs entdeckt ca. 25 schwarz gekleidete Männer. Sie folgen den Gegendemonstranten mit einigem Abstand. Da musst du ein bisschen aufpassen, da hast du schnell mal eine Flasche um die Ohren. Die Kollegen von Gunnar Hinrichs haben die Gruppe als Links und Kategorie Rot eingestuft, also gewaltsuchend. Jetzt müssen die Polizisten besonders aufpassen. Hier um die Ecke ist ein Steindepot entdeckt worden, was eigentlich kein Steindepot ist, sondern einfach ein Stapel von Steinen, Pflastersteinen. Da sind wahrscheinlich Bauarbeiten. Was wird befürchtet? Na, dass die genommen werden zum Werfen. Weil aus der Richtung auch eine ganze Gruppe oder die Gegendemonstranten kamen, auch Kategorie Rot und Gelb. Dass die sich da vielleicht Steine holen, um uns zu bewerfen oder die Gegendemonstrationen, sodass wir die jetzt bewachen müssen. Denn die Aufgabe der Beamten ist es heute, den Aufzug von Deutschland-Wertzig zu schützen. Der Marsch der Gegendemonstranten kommt nun auch bei Jürgen Sprank an. Er steht am großen Brennpunkt, an der Stelle, an der sich die unterschiedlichen Lager bis auf wenige Meter nahe kommen. Wir haben einen Zwischenraum zwischen den Beamten von circa zwei, drei Metern. Sollten irgendwelche Versuche kommen, uns zu überlaufen, dann wird das wahrscheinlich gelingen. Jürgen Sprank fordert per Funk Verstärkung an. Als Zugführer ist er für rund 30 Kollegen verantwortlich. Gleich kommen hier die 700 Versammlungsteilnehmer von Deutschland-Wertzig vorbei. Mehr als 800 Gegendemonstranten stehen auf der anderen Seite. Die Polizei dazwischen. Als Universitätsstadt hat Rostock eine starke migrationsfreundliche Szene. Heute mischen sich aber auch linksautonome und dunkel gekleidete radikale Demonstranten dazwischen. Das ist genau dieser Moment, wo man hochkonzentriert ist, wo man schauen muss, wie stehen die Kollegen. Es kommen parallel Anfragen über Funk oder irgendwelche Mitteilungen, die weitergesteuert werden müssen. Man hat ja im rückwärtigen Raum etwas, was man beobachten muss. Man muss nach vorne schauen, was passiert da. Sind ja nicht nur die ersten Leute, die man im Blick haben sollte, sondern auch, was passiert eben drei, vier Reihen weiter hinten. Weil wenn jemand meint, er muss irgendwas schmeißen über die Gegenstände, dann macht es meistens nicht derjenige, der in der ersten Reihe direkt vor dem Polizeiwarten steht. Mit großen, mobilen Scheinwerfern erhält die Polizei den Platz. Jeder Mensch, der in diesem Moment dunkel gekleidet auf der falschen Seite der Absperrung auftaucht, ist verdächtig. Die Polizei will Provokationen verhindern. Noch bleiben die Demonstranten friedlich hinter den Büschen. Aber sie sind bestens informiert. Ich habe gerade die Bande umgekommen. Den Abschluss geht jetzt los. Wir starten jetzt der Bahn hoch. Der Demonstrationszug von Deutschland wehrt sich, beginnt am Bahnhof mit seinem Marsch. Mit eindeutigen Plakaten machen die Teilnehmer deutlich, was sie von der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik halten. Wir sind das Volk! 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 Begleitet werden sie von Dutzenden Polizisten, die den Marsch beschützen. Die Demonstrationsstrecke ist rund einen Kilometer lang. Auf halber Strecke liegt der Ort der Gegenveranstaltung. Die Zahl der Gegendemonstranten ist inzwischen auf etwa 1200 angewachsen. Sie drängen vor zu den Absperrgittern. Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier! Jürgen Sprank steht mit seinen Kollegen in der Pufferzone zwischen den beiden Lagern. Das ist jetzt genau unser Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Kundgebungsteilnehmer auf ihrer Seite bleiben, gerne ihre Meinung kundtun. Hier wird dann gleich der Aufzug vorbeilaufen. Und Sie sehen ja selber, der Korridor ist überschaubar. Keine Sorge, was abzubekommen? Steine oder eine Flasche? Nein, dann dürfte ich das hier nicht machen. Die Probleme sind mehr links. Also alle bitte darauf einrichten, dass wir schnell nach links verdichten müssten. Dann trifft der Marsch von Deutschland-Wertzig an dem Brennpunkt ein. Der Aufzug der WS ist jetzt hier Punkt 6. Global auf beiden Seiten mit hochgefahren. Jetzt hat man alles entspannt. Nur 30 Meter trennen die beiden Lager. Parolen und Nettigkeiten werden ausgetauscht. Dazwischen die Beamten der Landespolizei, die fast täglich zu solchen einsetzen müssen. Die Zahl der Versammlungen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich im vierten Quartal 2015 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Die Hälfte aller Demonstrationen hatte die Flüchtlingspolitik als Thema. Auch Einsatzleiter Michael Ebert hat den Brennpunkt im Blick, an dem sich die unterschiedlichen politischen Lager begegnen. Eine Versammlung wie dieser Demonstrationsmarsch muss mindestens 48 Stunden vorher angemeldet werden. Oft bleibt da nicht viel Zeit für die Polizei, um sich darauf einzustellen. Zudem gibt es Auflagen. Heute sind unter anderem Glasflaschen, Böller und Alkohol verboten. Wenn gegen Auflagen verstoßen wird, kann eine Versammlung sofort beendet werden. Wir haben hier bestimmt die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, tatsächlich Rechtsextremisten dazwischen stehen. Menschen, die auch mit Gewalt versuchen würden, ihre Interessen durchzusetzen, wenn wir es denn zulassen würden, beziehungsweise wenn sie die Chance hätten. Die Friedlichkeit, die man von nach außen vortäuscht, die ist tatsächlich nicht vorhanden. Das müssen wir aus dem täglichen Erleben. So sie sich polizeilich unbeobachtet bewegen können, neigen sie zu Straftaten, nutzen sie Gewalt, um ihre Interessen durchzusetzen. Der Marsch von Deutschland wehrt sich, passiert die Linken gegen Demonstranten ohne Vorfälle. Die erste Etappe ist geschafft, aber der Marsch muss den gesamten Weg auch wieder zurück. Unterdessen schießt sich der Marsch auf Feindbild Nummer zwei ein, die Presse. Die Presse! Die Presse! Die Presse! Die Presse! Eine weitere Auflage vieler Städte, die Veranstalter müssen eigene Ordner stellen. Heute gilt, je ein Ordner pro 50 Demonstrationsteilnehmer. Diese tragen Warnwesten und sollen für Sicherheit und Ordnung sorgen. Der Marsch erreicht den Endpunkt. Eine weitere Zwischenkundgebung findet statt. Diese wird auch von interessierten Bürgern verfolgt. Wir haben besorgte Menschen, Menschen, die Antworten haben wollen von der Politik, die Ängste haben, die Sorgen haben. Sorgen haben um soziale Sicherungssysteme, um die Zukunft der Schulen, um bezahlbarem Wohnraum und so weiter, denen muss Politik Antworten geben. Die müssen wir wegholen von diesen Extremisten, die dieses Thema für sich missbrauchen. Ein erster Böller fliegt in Richtung der Polizei. Gegen Demonstranten sind bei der Zwischenkundgebung nicht in der Nähe. Also richtet sich der Frust gegen die Staatsgewalt. Das eigentliche Thema der Versammlung, die deutsche Flüchtlingspolitik, tritt in den Hintergrund. Wenn ich hier in den Aufzug gucke, dann erfüllt mich das eher mit Fassungslosigkeit und mit Wut, welche Menschen das Thema für sich beanspruchen und instrumentalisieren. Und selbst, wenn sie in der Verantwortung stehen würden, nichts bewegen können. Der vermeintliche Böllerwerfer wird vorläufig festgenommen. Einsatzleiter Michael Ebert ist in Gedanken schon beim Rückmarsch. Wir müssen gucken, dass auch auf dem Rückweg die Sperren halten, weil wir haben immer Kleingruppen, 50, 100, 150 in der Peripherie, die sich mitbewegen, die auch dem gewaltbereiten linken Klientel angehören, die mir immer wieder gemeldet werden, vermummt, aber die bis dato kein Schlupfloch gefunden haben, um an den Aufzug zu kommen. Und da müssen wir gucken, ob sich der Hass, die Ablehnung dann im Nachgang auch gegen uns richtet, weil man an den politischen Gegner nicht gekommen ist. Auch das kennen wir, dass man dann sich uns als Ersatzfeind sucht. Am Versammlungsort der Gegendemonstranten ist alles friedlich. Jürgen Sprank erwartet den Marsch von Deutschland wertig. Als dieser auf seinem Rückweg erneut den Brennpunkt passiert, kochen die Emotionen wieder hoch. Der Marsch bleibt plötzlich stehen. Alle Böller auf dem Rasen gelandet. Ein Böller, 30 Zentimeter neben einem Beamten. Beamter derzeit scheinbar unverletzt. Stimmung heilt sich jetzt natürlich hoch hier ein bisschen. Auch aus dem Lager der Migrationsbefürworter fliegen Böller und Flaschen. Ein Dienstfahrzeug wurde eben von einem Gegenstand getroffen. Wir wissen nicht von wo. Zählt mal zu, dass wir die ein bisschen von den Autos wegkriegen. Jürgen Sprank versucht, seine Kollegen in der Pufferzone zwischen den verfeindeten Lagern zu organisieren. Eine Eskalation soll verhindert werden. Jürgen Sprank hat immer noch Einheiten in der Hinterhand, die er bei Bedarf als Verstärkung anfordern kann. Diese werden dann aus anderen Bereichen abgezogen. Hier haben wir eigentlich alles gut im Griff. Wenn wir wissen, wer die von unserem Fahrzeug wegbringen können, das wäre toll. Auf der anderen Straßenseite beobachtet Michael Ebert das Geschehen. Solange der Marsch provozierend an dieser Stelle stehen bleibt, besteht die Gefahr für schwere Ausschreitungen, wie vor vier Wochen. Der Einsatzleiter muss reagieren. Robbe von 50, ich gehe mal dazwischen. Ziehen Sie mal einen Werfer ran über die Graf-Schack-Straße in den hinteren Bereich des Aufzuges rechts. Ich möchte jetzt einen Wasserwerfer über die Graf-Schack-Straße bis Höhe-Einmündung der Rosa-Luxemburg-Straße kommen. Auch in den abgesperrten Querstraßen stehen linke Demonstranten. Die Situation wird immer heikler. Wir fordern Sie auf, sich wieder im Aufzug zu formieren und Ihre Aufzugsstrecke Richtung Conrad-Anlaufland weiter fortzuführen. Gleiches Recht für alle! Der Marsch von Deutschland wehrt sich, passiert den Brennpunkt, auch ohne Einsatz des Wasserwerfers. Kurz darauf nimmt die Polizei auf Seiten der Gegendemonstranten einen Flaschenwerfer fest. Sofort solidarisieren sich andere linksgerichtete Demonstranten mit ihm und gegen die Polizei. Gegen Demonstranten und Polizei stehen sich gegenüber. Die Beamten werden beschimpft. Einfach in der letzten Jahren. Heiko, was ist da nicht hier? Heiko, was ist da nicht hier? Ja ich glaube es ist erledigt geht nach Hause. Was das schießt denn, Alter?! Was ist da für Heiko? Haiko, man hat jetzt den Luk challenges geknüppelt! Und ihr habt jetzt hier noch geknüppelt! Wir sind friedlich. Was seid ihr? Wir sind friedlich. Was seid ihr? Wir sind friedlich. Was seid ihr? Um zu deeskalieren, ziehen sich die Beamten zurück. Die Linken folgen ihnen provozierend. Jürgen Sprang steht nur wenige Meter entfernt. Solche Situationen erlebt er als Bereitschaftspolizist wöchentlich. In den meisten Fällen ist der Polizeibeamte, der dazwischen steht, jetzt nicht unbedingt das Hassobjekt. Der fängt es eher auf. Viele sehen dann halt die Uniform als Repräsentant des Staates, der Staatsgewalt. Da meint dann der ein oder andere schon, dass er da feuerfrei verbal und da ist mal sämtliche Kritik zu sein. Er ist lebenslämtliche Frustpunkte, die er in dem Moment gerade hat, die lässt er da mal einfach raus. Man kennt das ja, der schreit, hat gerade keine Kapazität zum Denken. Unterdessen begleitet Einsatzleiter Michael Ebert die 700 Migrationsgegner zurück zum Bahnhof. Den Zug der Flüchtlingsgegner zu schützen ist heute seine Aufgabe. Mit seiner politischen Gesinnung hat das nichts zu tun. Natürlich ärgert es mich, wenn ich im Nachgang in die rechte Ecke gestellt werde, nur weil ich hier dafür Sorge getragen habe, dass auch Verfassungsfeinde ja ihr grundgesetzlich verbrieftes Recht in Anspruch nehmen können, um zu demonstrieren. Michael Ebert ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Hass gegen Polizeibeamte ist für ihn inzwischen trauriger Alltag. Es schwingt immer Sorge, Angst mit, insbesondere weil man von den unterschiedlichen politischen Lagern angegriffen, angefeindet wird. Ich kann mich an Losungen erinnern, die in der Stadt gesprayt worden sind. Ebert, Ebert aus der Traumballflieg zum Kofferraum. Verbale Angriffe, auch körperliche Angriffe gegen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich natürlich in der Freizeit auch in dieser Stadt bewegen, die in Diskotheken nicht hineingelassen werden, die angegriffen, angefeindet werden, zusammengeschlagen. Das sind alles kleine Geschichten, das sind alles Dinge, die in diesem Jahr auch passiert sind. Natürlich machen sich unsere Partnerinnen und Partner, unsere Kinder Sorgen um uns. Zu Recht, denn die Gewalt gegen Polizeibeamte hat in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Das zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik. Widerstandshandlungen, Bedrohung und Körperverletzung sind von 2011 bis 2014 um bis zu 20 Prozent gestiegen. Die versuchten Tötungsdelikte sogar um ein Drittel. Am Rostocker Bahnhof findet eine weitere Kundgebung von Deutschland wert sich statt. Die Gegendemonstranten stehen nur ein paar Meter entfernt, teils vermummt und werden von der Polizei zurückgehalten. Nationalismus raus aus den Köpfen! Nach sechs Stunden Einsatz wird es jetzt noch einmal ernst für Michael Ebert. Die Teilnehmer des Marsches müssen auf ihrem Heimweg direkt an den Gegendemonstranten vorbei. Doch im Bahnhof staut es sich. Die Bundespolizei lässt die Migrationsgegner nicht durch. Wer ist der Einheitsführer hier? Ich bin der Führer. Warum machen Sie zu hier? Nur weil ich es verstehe. Weil wir draußen ein linkes Klientel haben. Linke Gegendemonstranten blockieren den Ausgang aus dem Bahnhof. Die Polizisten befürchten Zusammenstöße. Ebert ruft Verstärkung. Ich brauche jetzt ganz dringend Kräfte auf der Südseite des Bahnhofs. Das ist das Signal für die Einheit von Jürgen Sprank. Im Laufschritt geht es für den Zugführer und seine Kollegen in den Bahnhof. Hämischer Beifall der Demonstrationsteilnehmer. In den letzten Monaten 2015 fanden in Mecklenburg-Vorpommern im Schnitt fast zwei Versammlungen pro Tag zur deutschen Flüchtlingspolitik statt. Darunter viele gleichzeitige Versammlungen unterschiedlicher Lager. Die Einsatzbelastung für die Polizei ist enorm. Eine Gesamtzahl zu den Demonstrationsteilnehmern, den insgesamt eingesetzten Polizeikräften oder den Straftaten bei Versammlungen gibt es offiziell aber nicht. Am Rostocker Bahnhof werden fast 100 linke Gegendemonstranten von der Polizei eingekesselt. Dadurch können die Versammlungsteilnehmer von Deutschland-Werzig ohne Zwischenfälle nach Hause. Doch nicht jeder hat Verständnis für die Maßnahme. In der Masse der linken Demonstranten entdeckt die Polizei einen Mann, der per Haftbefehl gesucht wird. Wegen der Ausschreitungen vor vier Wochen. Die Situation ist angespannt. Jede Kleinigkeit kann jetzt zu einer erneuten Eskalation führen. So Männer, Abmarsch, ansonsten geht's heute Abend in die Zelle. Michael Ebert schreitet ein. Angeblich hat ein Demonstrant dem anderen die Mütze gestohlen. Selbst die Ordner von Deutschland-Werzig können die Situation nicht beruhigen. So, 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 so. So, stopp, 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 stopp. Jetzt bringen wir alle Motionen raus. Hier seht's, dass sie nach Hause kommen. Wo geht's hin? Wo? Wo ist da? KTV. Dann ab. Inzwischen geht es längst nicht mehr um die Flüchtlingspolitik in Deutschland. Die Versammlungen auf der Rückseite des Bahnhofs sind weder angemeldet noch mit der Polizei besprochen. Jürgen Sprang ruft seine Kollegen zusammen. Und ein bisschen links halten. Bitte gleich einschließen die Personen. Die Polizisten drängen eine weitere Gruppe von linken Demonstranten zurück. Diese wollten ebenfalls zum Bahnhofsplatz laufen, um an den politischen Gegner heranzukommen. Jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere nochmal versuchen, seinen Unmut auf andere Art und Weise kundzutun. Das Ding ist Dunkelheit, das ist ein relativ großes Gelände. Wir wissen nicht, wie viele Personen derzeit tatsächlich jetzt hier irgendwo als Gruppe unterwegs sind. Wir können also jederzeit aus unterschiedlicher Richtung nochmal Personengruppen haben. Und da müssen wir jetzt ein bisschen ein Auge haben, dass wir da auch keine verpassen. Fast 200 Gegendemonstranten wollten ihre letzte Chance nutzen, um sich mit den rechten Demonstrationsteilnehmern zu messen. Jürgen Sprang und seine Kollegen können die Situation unter Kontrolle halten. Kannst nicht nachvollziehen, was solche Spielchen dann teilweise sollen, was man sich damit beweisen will. Weiß nicht, ob da nochmal Reviergehabe ist. Also ihr macht das hier bei uns nicht. Ganz schwer. Haben wir aber leider permanent. Nicht nur bei Aufzügen und Versammlungslagen, sondern auch eben bei Fußballbegegnungen. Ein besonderer Einsatz geht zu Ende. Doch für die Beamten sind solche Tage inzwischen Normalität. Die Bilanz der heutigen Versammlungen? Fast 1000 Polizeibeamte im Einsatz. Sieben vorläufige Festnahmen und 18 Ermittlungsverfahren. Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Verstoß gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die positive Nachricht, vor allem für Einsatzleiter Michael Ebert, an diesem Tag gab es keine größeren Ausschreitungen und nur einen verletzten Beamten. Die Zahl der Einsatzkräfte war ausreichend. Ja, das Konzept ist aufgegangen. Wir haben die Klientel voneinander trennen können. Die migrationskritischen Teilnehmer sind also an die Gegenprotestler nicht herangekommen. Jeder hat seinen Protest artikulieren können, hat seine Argumente vortragen können. Friedlich, das ist unser Wunsch. So will es das Grundgesetz, so will es das Versammlungsgesetz. So haben wir uns vorbereitet, taktisch aufgestellt und von daher ist das Konzept aufgegangen. Ich bin total zufrieden, Leute. Doch die nächsten Versammlungen stehen schon bevor und die Beamten stehen immer mehr im Kreuzfeuer, nicht nur beim Thema Asylpolitik. Hohe幹et nicht nur beim Ela acidic. Das war ihr das演ier mich nicht wirklich aufgenommen, und schluss erstmalig liefert. Zum Glück hat es, Kamau.